Ich wüsste nicht, dass du das gemacht hättest. Ja, dann, weißt du was, dann setz ich mich die Tage hin und mach mal ne Show zu Matrino. Muss jetzt einfach gemacht werden, haben wir noch nie gemacht. Und ich hab's so lange schon versprochen, werde ich einfach jetzt mal machen. Boah, jetzt schießt er mir ein blödes Gehirn. Um mein Versprechen auch einzuhalten. Sonst heißt das immer, irgendein Palo, der verspricht so viel, der macht das aber nie. Ja. Aber da heißt ja auch auf YouTube Versprechen nicht das, was du nicht halten kannst. Weil die Leute werden immer danach fragen. Immer. Zack, 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 zack. Grundsätzlich. So, wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Uhr? Nein, wie viel danach. Guck mal, Baby. Kuckuck. Kuckuck. Ich sehe mich. Ach, verdammt. Ach so. Da, da. Kuckuck. Schade, dass ihr das jetzt nur sehen konntet bei ihr. Ja. So. 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 Und übrigens heute leckt es irgendwie weniger bei mir. Ja. Schade. Als gestern. Was? Keine Ahnung woran es liegt. Vielleicht einfach an meiner Awesomeness. Ja. Bestimmt. Ganz. Bestimmt. Sorry, ich wollte auch mal auf die Kacke hauen. schon mal um los isch zuhoraben. wahr. Hornig war, Baby. ッ, lecker. Guck mal. Ein riesen Honigstock und ich kann hier Honigwaben abbauen. Lerna Sache. Die kannst du doch bestimmt zum kochen gebrauchen. ja alter ja denkst du die sind unbewacht nein die ist gerade gespawnt die ist gerade aus diesen blöden block gespawnt ehrlich jetzt habe ich mich jetzt erschrocken ich bin richtig zusammengezogen das ernst sind aber alle leer warum sind die alle leer weil ich daraus dann honig blöcke machen kann okay du kannst ja wahrscheinlich gar nichts anfangen zu essen geil die dinger sind schon geil ich war da ja noch nie drin aber ich weiß nicht wofür du jetzt die leeren honigwaben brauchen solltest brauchen könntest das weiß ich auch ich habe jetzt viel koppelsteine so ganz plötzlich und nein und nein angriff der keller die stürmen luftkampf 1 2 3 4 5 6 7 vorkommen hier in der nähe 8 nehme ich noch mal kurz mit kann ich einfach nicht liegen lassen geht nicht muss ich einfach mitnehmen zurück so gut Was? Mein Handy hat vibriert. Ja, das waren die Bienen, die sind dir gefolgt. Nein, wir versuchen gerade nur aus dem Handy rauszukommen. Ähm, kommen wir da lang? Gehen wir da irgendwo lang? Nein, aber da ist Quarz. wenn wir auch wieder mit wenn ich schon mal jetzt hier reingeflogen bin und hier in sackgasse ist nun war natürlich mit haltet sich wenigstens ein bisschen gelungen die 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 Stau stopp spielen ich muss Ich weiß, dass es keine Schippe war. Kannst ja mal versuchen, ne? Ich komm hier nicht mehr raus. Es ist wie gerade in dem anderen Portal. Nur irgendwie blöder. Ich weiß nicht, wo hier ein Ausgang sein soll. Äh, äh. Puh. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Und davon viel. Nee, ehrlich jetzt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Mann, ey. Krabbelt, krabbelt, krabbelt. Ja, meine Nase auch gerade. Und jetzt ist noch der Staub. Ich komm hier nicht mehr raus. Oh Mann. Du hast es aber heute echt. Ja, ich weiß auch. Die selber Falle zu bauen, ne? Das macht die Konzentration. Die viele, die mangelnde. Nee. Nee, das mach ich lieber nicht. Ich geh lieber den Weg zurück. Fällt mir immer so auf. Ich hab keinen Bock, dass mir jetzt gleich Laber auf dem Kopf liegt. Nee, 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 mein Freund. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Na, naja. In der Xen-Welt oder sowas. Bin gleich wieder draußen. Ach, Gott sei Dank. So, ich geh jetzt mal wirklich zum Portal zurück, weil das kann ich jetzt die Leute nicht noch länger antun. Meine planlose... Flü... Flü... Genau. Fliegerei, so. Ich weiß gerade gar nicht, was ich da sagen wollte, aber hey, passt schon. Äh, du hast den Sound an, ne? Ne, doch nicht. Bin ich doof. Nicht? Ne. Echt nicht? Schade. Oh, schade? Mann, oh. Mann, oh. Du bist so voll böse, ne? Oh, ich weiß, tut mir leid. Ich tut mir leid, dass ich so böse bin zu dir. Nicht? Warum? So, bin wieder da. Schatz, ich bin zu Hause. Nö. Wann gibst du essen? Nisch. Nisch? Nö. Einfach mal. Nisch. So einfach gibst du dich mit dem Stiftchen, ist ja leicht. Nee, ich habe jetzt gerade das Ding anders okay gesagt, Baby, streng dein Gips mal an. Ich und Essen, hallo? Entschuldigung, dass ich so böse zurück bin. So, ab auf deinem Platz. Ich bin auf meinem Platz. Du meinst, die sich jetzt rumgeknutschen ja während der Aufnahme. Ja, echt, ey. Geht gar nicht, Baby. Hörst du damit auf? Furchtbar. Ja, hör mal damit langsam auf. Geht gar nicht. So, wo haben wir denn die Konstruktion? Da. Guck mal, Baby. Ja. Du hast jetzt vier Stacks und einen halben, naja, etwas mehr als einen halben, fast fünf Stacks. Es wird ja lang sein. Du hast fast fünf Stacks. Ja, sehr gut. Für den Rest musst du selber holen. Achso, dann... Ja. Lange dauern. Oh man, du benutzt grad hier jeden Ofen. Ja, was wolltest du? Nix. Ich wollte auch Öfen benutzen. Ja, sorry, aber das ist meine Baustelle. Ja, dann geh ich halt in die Schwiedel. Ist ja auch kein Problem, dass du mich mal wieder verbannst. Ich verbannst mich überall, ey. Aus dem Bett. Da lacht so, weißt du, so bestätigend. Was? Was? Was denn? Ich habe gerade den Stein da reingepackt, den schon gebrannten Stein, und dann kriege ich eine Schaltkreisplatte raus. Ja, siehst du? Wieder was gelernt. Das brauchen wir bloß noch nicht. Nee, aber das ist, das ist strange. Life is strange. Sometimes. So, ich brauche Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich mag Kohle so gern. Ja, wer mag keine Kohle. Ja, wer mag keine Kohle. Kohle kostenlos, ja, was ist da bloß? Ich muss mir das gleich mal anhören. Ich liebe diesen Song von Gronkh. Ein Creeper. So. Dann kommt da noch Kohle rein, dann kommt da noch Kohle rein, dann filmen wir hier noch Kohle auf und da machen wir den Leichenschmaus. Was? Hm. Ich glaube, es ergibt zwar alles total viel Sinn, aber... Ja, ich weiß. Naja. Hier sind drei Rucksäcke, die schon benutzt sind. Baby. Weil du vorher nach Rucksäcken gefragt hast. Ja, die habe ich gesehen. Die sind ja fast kaputt, ne? Ja, richtig. Deswegen. Das ist korrekt. Richtig. Richtig. Ach ja. Ich mach mal was. Okay. Dann mach mal was. Ich will mal wissen, ob das funktioniert oder nicht. So kriege ich auch vielleicht ein wenig Platz da in der Kiste. Wenn es funktioniert, wohlgemerkt. Aber ich glaube eher nicht. Wie lange wolltest du denn überhaupt heute... Frag mich doch nicht immer sowas. Doch, das ist doch mittlerweile Standard geworden. Dass ich dich sowas frag. Ich muss mich aber konzentrieren, da klingt eine Zeit lang wieder... Boah, das sieht jetzt schon so gut aus, ne? Und das ist nur der Grundriss. Das ist ja sowas nicht hier. Doch, das ist voll geil. Voll Bommel. 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 So, ich muss jetzt gleich einfach mal einen Schluck trinken. Weil... Kehle. Mhm. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Was denn? Guck mal. Ja. Mit rechts auf... Ja, die haben wir mal gezähmt. Die haben wir nicht gezähmt. Doch, eins hat mal gezähmt. Oh, schön. Sattel. Du hast eine goldene... Du hast dir eine Rüstung gegeben. Ja, eine goldene. Ja. Na, guck mal. Du brauchst die gar nicht zähmen. Du brauchst hier nur diese Rüstung anlegen. Ja. Warte. Schick. Hier, die Diamantrüstung? Ach, ne. Du musst die trotzdem zähmen. Ah, okay. Okay, die waren doch gezähmt. Hast recht. Entschuldigung. Tut mir leid. War nicht meine Absicht. Ich bin doof. Ah, okay. So, aber... Ich kann damit nicht rein... Äh... Hast du mir hier Steine rausgeklaut aus dem Ofen? Nein. Nehmt die dann hin? Weiß ich nicht, aber ich habe auch noch welche im Inventar, die oben noch drin waren. Vom letzten Mal irgendwie. Und hier ist mal ein... Du, 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 du... Ich trete alles ab? Ich trete nicht alles ab. Nein, 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 nein. Ich habe nur gesagt, ich würde dir das zutrauen. Das ist aber wirklich so. Ich habe sie nicht. Sehr gut. Sie sind mich immer beschuldigt. Immer und immer und immer wieder. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Oh. Sekunde für Minute. Ach, ja. Boah, unsere Gänge hier sind einfach nur Hammer, ne? Ein... Du bist in der Mine? In der alten, ja. In der ganz alten. So, weißt du, mit Schlucht und so. Ja. Oh. Wenn du hier schon den weiten Weg hoch zu mir kommst, dann kriegst du natürlich auch ein bisschen Prügel.